Das ist der Newsletter Oktober 2022. Mein Name ist Michael Mensch von der Pensummed. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute einfach ein paar kleine Themen zu besprechen. Auf der einen Seite der Corona-Bonus, auf der anderen Seite, was viel, viel interessanter ist, der Inflationsausgleich, was daraus wird, wie weit sich die Politik sich das überlegt hat und was es für den Arbeitgeber und auch für den Arbeitnehmer bedeutet. Vorweg, im August haben wir den Corona-Bonus ausbezahlt, haben alles eingereicht, sämtliche Anträge gestellt, den Krankenkassen übermittelt. Und das Einzige, was wir bis jetzt bekommen haben, ist die Information, die Bearbeitung dauert noch ein wenig. Zum Glück haben wir im August entschlossen, einfach mal die ganzen Boni auszubezahlen, weil sonst hätte ich ernsthaft Sorge, dass bis Weihnachten irgendwas kommt. An dieser Stelle hoffe ich, dass ich oder dass unser Team Sie an der Stelle unterstützen konnte. Ein ganz heißes Thema zurzeit ist der Inflationsausgleich, den der Kanzler Scholz mit 3.000 Euro steuerfrei in die Welt gerufen hat. Dummerweise genauso wie beim Corona-Bonus sagt die Politik, es wird was geben, aber hat keinen Ton darüber verloren, wie das Ganze stattfinden soll. Was ist momentan der Stand? Oktober 2022. Sehr, sehr viele Tarifpartner, sei es die IG Metall, Verdi, sei es natürlich auch die Zeitarbeit, gehen jetzt in die Tarifverhandlung und werden versuchen, dort an dieser Stelle was für die Arbeitnehmer natürlich zu verhandeln. Das ist auch vollkommen in Ordnung, legitim, nur darauf müssen wir warten. Bezüglich des Themas bleiben wir für Sie am Ball und werden Sie dann spätestens vor Weihnachten noch mal ganz kurz informieren, was momentan Stand der Dinge ist. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen was. Mein Name ist Michael Mensch von der Pensumet.